Branderob Trailers hat eine neue Serie von Bootsanhängern entwickelt, um Sportanglern und Freizeitseglern das Leben zu erleichtern. Ein umfassendes Programm mit Gesamtgewichten von 500 kg bis 3,5 t. Die Transportlösung für Boote von 14 bis auf volle 26 Fuß. Angeln macht Spaß. Fische, frische Luft und gutes Wetter in Hülle und Fülle. Und nun geht es darum, das Boot so schnell wie möglich zu verladen, damit es heimwärts gehen kann zum wohlverdienten Lunch. Der neue Branderob 8222 mit Superrollen macht das Verladen spielend leicht. Der Bootsanhänger hat einen Laufsteg, deshalb kann man trockenen Fußes zum Boot gehen, um den Karabinerhaken am Boot zu befestigen. Das ist viel bequemer, als über eine glatte Rampe gehen zu müssen. Die neuen Kielrollen haben ein tiefes Profil. Wenn das Boot sich in der Kielrolle verkeilt, wird es direkt auf den Anhänger gesteuert. Die vielen Superrollen begrenzen die nötige Ladekraft auf ein absolutes Minimum. Und sie stellen sicher, dass das Boot während der Fahrt festliegt. So ruht das Boot auf dem Kiel. Die Bootshersteller schreiben vor, dass Boote auf dem Kiel ruhen müssen, weil die Stärke des Bootskörpers im Kiel liegt. Auf Bootsanhängern der 8000er Serie von Branderob ruhen alle Boote auf dem Kiel. Der Anhänger ist mit einem ganz neuen Typ von Leuchtenträger versehen, der mit zwei Schnappverschlüssen leicht und schnell angebaut wird. Den Leuchtenträger kann man während der Bootsfahrt im verschlossenen Kofferraum des Wagens lassen. Um das Boot während des Transports maximal zu sichern, wird es am Anhänger festgezogen. Sowohl die Zoo-Augen als auch die Zoo-Riemen sind nur ein paar Beispiele aus dem wohldurchdachten Branderob-Sonderausrüstungsprogramm. Die neue 8000er Serie wurde in enger Zusammenarbeit mit den führenden Bootsherstellern Skandinaviens entwickelt. Dieser Bootsanhänger ist maßgeschneidert für Ihr Boot. Setzen Sie sich mit dem nächsten Branderob-Händler in Verbindung und erfahren Sie mehr über die neue 8000er Serie vom größten Anhängerhersteller Nordeuropas. Entzelt Sie sich mit der Ahnung, dass die Dutzung mit einem vollen Busschersteller Nordeuropas. Entzelt Sie sich mit dem Ahnung, dass ich die Dutzung bezüglich der Äußerung wähle. Entzelt Sie sich mit der neuen Busschersteller in Verbindung und�i Beispiele zu sehen.